Die Top-Spiele im heimischen Fußball werden präsentiert von PlanetWin365.at Anpfiff für die neue Saison in der Regionalliga West. Und der Aufsteiger aus Schwarz feiert seine Heimpremiere gleich mit dem Tiroler Derby und trifft auf den Titel mit Favoriten WSG Swarovski-Wattens. SC-Schwarztrainer Martin Hofbauer hofft vor der Kulisse von über 700 Fans auf eine starke Vorstellung. Der neue Wattens-Trainer Tommy Silberberger will mit der Swarovski-Werks-Elf den Titelanspruch unterstreichen. Und die WSG-Wattens startet optimal in das erste Spiel. Bereits in der elften Minute darf sich Simon Zangerl zum ersten Mal als Torschütze der Watterner feiern lassen. Markus Obernoster kann dann Martin Tropmeier in der vierzehnten Minute zum zweiten Mal bezwingen und erhöht auf 2 zu 0. Der schwarze Tormann zieht sich bei dieser Aktion aber einen Schlüsselbeinbruch zu. Der neue Tormann Oliver Thunbichler muss sich dann in der neunzehnten Minute geschlagen geben. Simon Zangerl erhöht auf 3 zu 0. Mit dem Anschlusstreffer zum 1 zu 3 durch Geburtstagskind Tobias Vogler kommt bei Schwarz nochmals Hoffnung auf. Nach Eckball von Markus Seelaus landet er bald zum zweiten Mal im Tor der Watterner. Schiedsrichter Walter Altmann gibt den Treffer von Bernhard Lampel aber nicht. Schwarz-Trainer Martin Hofbauer ist mit den Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden und darf sich das restliche Spiel von der Tribüne aus ansehen. In der 45. Minute klassischer Konter der WSG Swarovski-Wattens und Simon Zangerl trägt sich neuerlich in die Torschützenliste ein. In der zweiten Hälfte erhöht Simon Zangerl in der 59. Minute auf 5 zu 1 für die Watterner. Den Schlusspunkt setzt schließlich René Prantl mit einem schönen Kopfballtreffer zum 6 zu 1 für die WSG Swarovski-Wattens, die damit einen optimalen Saisonstart haben. Neben der bitteren Niederlage für den SC Schwarz kommen auch die Verletzungen von Martin Droppmeier und Benni Reiter als Negativerlebnis für den Aufsteiger dazu. Alle Infos gibt es unter www.facebook.at slash Tirolfußball